Du denkst dir jetzt auch so, hehehe, Loli, lass dich mal machen, ne? Vergiss es. Moin und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, sondern zu einer weiteren kleinen Folge Minecraft Bad Wars. Wir nehmen uns hier mal ein paar Blöckchen. Kannst du fastballen oder nicht? Ja, okay. Oh, ja, sieht gut aus. Nice. Ähm, ja, wir spielen... Ich war schlecht. Ja, ähm, Vorgeschichte, ich habe gerade versucht, ein bisschen mit Gerboff aufzunehmen, aber das ist irgendwie ganz schön nach hinten losgegangen. Wir haben... Ah, Mann, was spiele ich? Wir haben die ganze Zeit nur verloren und das war alles ein bisschen sehr unglücklich. Und ja, deswegen nehme ich jetzt einfach mal ein bisschen alleine auf, weil ich weiß nicht, ich kann irgendwie alleine immer ein bisschen besser aufnehmen. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ja, du denkst dir jetzt auch so, hehehe, Loli, lass dich mal machen, ne? Nein. Scheiße, ich habe es nicht auf der Hotkey. Nice. Mein Teammate passt auf. GG. Alles. Ich glaube, er wollte noch klar sein. Ah, alles klar. Hier, mach mal einmal den hier. Puh, noch gerade so aufgefangen. Nice, auf jeden Fall. So, jetzt Fastbidgen auf jeden Fall nicht verscheißen. Na klar. Musste kommen. Ähm, schnell mal ein bisschen was kaufen. Alter, wie viel halten die denn aus? Das gibt's doch nicht. Ah, zack. So, gut, den haben wir. Zack, den ein... Zack, zack. Oh, komm. Die kriege ich auch noch. Die kriege ich auch noch. Oh nein. Alles klar. GG auf jeden Fall. Ähm, haben wir noch irgendwie gewonnen. Ich weiß nicht, warum der jetzt gelieft ist. Auf jeden Fall würde ich sagen, sehen wir uns in der zweiten Runde wieder. Bis gleich. Da sind wir auch schon in der zweiten Runde. Und zwar spielen wir jetzt gegen den Gerbhoff. Der war ja schon mal in der ersten Runde. Da hat er uns ja was Nettes wissen lassen. Und mal sehen, ob er vielleicht ja jetzt gegen uns besser spielt. Oder gut, er hat nicht wirklich schlecht gespielt. Ich sag mal, wir hatten ein bisschen Pech. Und ich hab irgendwie immer ein bisschen Pech mit den Aufnahmen, wenn ich mit anderen Leuten zusammen aufnehme. Beziehungsweise, ich krieg's da nicht gebacken. Mach mal ein kleines Stück hoch. Dann haben wir das Gold auch schon. Da er sich jetzt noch nicht so weit gebaut hat, würde ich sagen, hol ich mir auch erst mal das Gold. Gönn mir damit auch erst mal was. Okay, Gerbhoff. Spring runter. Oder so. So, was machst du jetzt? Ist ja runtergefallen. So, jetzt hab ich dein Zeug. So, jetzt einmal wieder runter schlagen. Leute, dann hol ich mir mal dein Bett. Oh Leute, da gab's kein Megaleck. Und jetzt... Und da haben wir ihn nice. Erste Runde geht an uns. Oh, ich hab ihn sogar noch mal... Ich weiß nicht, hab ich noch getroffen? GG auf jeden Fall. Ich würd' sagen, da geht noch locker einer. Die letzte Runde für heute spielen wir auf der Map House. Und zwar im Spielmodus modern. So, wenn ich noch mal andere Sachen holen kann. Kommt. Dann komm. Sollten wir, glaub ich, noch als erster da sein. Wenn ich jetzt nicht verscheiße. Sieht aber gut aus, oder? Ja, nice. Gut, sind wir als erster. Okay, Gerov scheint erstmal sein Bett zu safen. Ich würd' sagen, dann geh ich auch erstmal nach Hause. Ach, das Gold ist ja eigentlich so unwichtig, aber scheiß. Ich würd' sagen, wir gehen da jetzt mal hin. Versuchen die mal so ein bisschen einzuheizen. Ich hab jetzt leider keine Spinnenweben mit. Muss ich mit leben. Aber ich würd' sagen, das kriegen wir auch so hin. Ich hab kein Essen mit. Das war natürlich sehr intelligent von mir, Gerov, löst. Er geht jetzt hoch zu seinem Bett. Ich muss nur früh genug da sein. Problem ist, ich kann jetzt auch gleich nicht mehr spenden. Okay, gut, da haben wir noch. Er kriegt halt einfach kaum noch. So, jetzt fällt's immer, bitte. Na komm. Ich weiß, ihr könnt jetzt auch einfach das Bett abbauen. Ah, nein. Oh, scheiße. Ich muss noch einmal treffen. Sonst hab ich ein Problem. Scheiße. Okay, ich hab ein Problem, Leute. Das war grad souverän von mir gelöst. Muss ich auf jeden Fall mal sagen. Er hat jetzt mein Bett. Und wir stehen beide mit wenig da. Okay, auf jeden Fall ein paar Spitzhacken. Wir müssen uns jetzt beide durch. Der ist das Feinsten überzeugen. So, sein Bett habe ich aber, glaub ich, auch. Alles klar. So, das nehm ich jetzt einfach mal mit. Das ist zwar komplett unnötig, aber egal. So, ich hoffe, er hat jetzt keinen Bogen. Ich hoffe, es ist einfach nur so. Weil dann hab ich noch gute Chancen. So, gut. So, das war's jetzt mit dem Bad Wars von heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um keine breitenden Folgen mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.